ja lkw gegen fahrrad oder was auch immer oder auto gefahrrad ohja karlisch teamwechseln so ich bin schon mal geil was das sind den anderen überfahren oder was die radfahrer müssen vor den lkw entkommen und die lkw sind die radfahrer überfahren aber ich habe sie schon ich habe das fahrrad nicht gefunden das ist das problem ich habe nicht mehr drauf hat das hat nicht mehr gefunden deswegen war ich weg hier wenn das auf die andere seite schafft aber gewonnen ja er muss es nur von einer die karre man nicht so ein bremsweg hätte so ein jubel dann aber hast du auch gerade die kai gesehen sie über den palustrade hängen alter alter kriegst du ihn noch er hat es geschafft ehrlich sauber ich habe längst den kevin erwischt ja und die rache ist süß naja jetzt die runde schaffer und blutig aber sie war zweimal ganz knapp dran alter ich sehe nur den lkw ganz nahm hinter mir nachkommen auch bei der ausfahrt ja da habe ich noch mal rüber gezogen das hat mir das leben gerettet sonst hättest du mich voll erwischt so jetzt spielen wir das ganze spielchen ein bisschen andersrum hasta la vista baby da gibt es nicht verschiedene modi von rennschrecken das ist ganz cool eigentlich der modi hat ja ach da vorne sind sie doch schon ein bisschen level radio dabei anmachen die wartung die sind bei dir ja so das war erst mal ich dachte eigentlich ja voll drüber gefahren weil der klar vor mir stand da passiert so ist auch mal direkt das ist mein opfer erlebt noch ja das ist ja zurück zum start jetzt auf der saft der schwarze da wurde das ganz geschickt machen und wenn wir die balustrade springen ja da habe ich meinen wendekreis noch mal verkleinert und bin noch mal vor der balustrade rum sehr gut der gedanke war gut die ausführung war schlecht was willst du machen wenn du zwei lkw saß ich habe erst überlegt ob ich das auto klaue hätte es gekonnt weiß ich nicht das kann ich mal ausprobieren ich glaube du kannst du mit fahrrad ins ziel fahren glaube ich das war eigentlich eben der plan bei mir aber gucken ob ich den lkw klauen kann und der gezielt so das kann doch immer noch mal fahrrad aber aua vor weiter du rätst ja noch fürs fahrrad ich wollte da ich doch bremsen damit sich damit er vorbeifliegt jawohl wir haben das problem das problem war mein fahrrad war so scheiße auf der auf der art dass ich nicht aufheben konnte deswegen konnte ich nicht machen am anfang stand schon die ganze zeit drauf auf dem ding da habe ich gesehen dass von kevin nee dass da käme dann ohnehin gefallen hat gedacht vielleicht aus dem das und dann wollte er sich absetzen ach ja mit dem grenzen hatte ich auch bei dir aber ich dachte so wie der kevin pferd trifft er sowieso nicht durch die fremse halt die fresse jetzt keine sorge wir kriegen euch noch alter die ki rasselt wieder voll aus ich musste mein fahrrad erst mal aufheben ich bin schön ich bin schön ich bin schön ernsthaft du bist du lebst es doch jetzt sind wir weg hier aber dieses problem ist mit dem verkehr nein ja dann habt ihr auf dem plan kettel wusste ich hängen schon wieder eine kai über die balustrade was hier los da kommt in deine richtung jetzt kann er mir vorbei ja ja haben wir schafft das also fahrrad habe ich mitgenommen so viel zu sein auch unterwegs die vorarbeit geleistete hätten wir anders gestalten müssen im lkw wir haben ein bus damit schwieriger wir können sie aber was aber die systeme erstellen kann also mit stadt in lkw muss halt dann muss man panzer beim kevin wusste ich doch kommt mit gegenverkehr nicht klar das hat er doch funktioniert die kamera durch die ja 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 ja